zeigen sie ihrem kleinen piloten mit dem set die welt der star wars raumschiffe so die beschreibung von lege und damit herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemmbaustein lyrik zu einem soliden kleinen tie fighter bestehend aus 77 teilen für 1999 teile preis von 26 cent fast straßenpreis bei 15 euro ja schnäppchen geht anders 2009 erschienen ich habe das ganze gekauft und meinem sohn zum bauen gegeben mit positivem erfolg allerdings darf diskutiert werden ist so ein set etwas für die kita und da haben wir ihn den guten tie fighter mit seiner ganzen angriffsmacht gegen eine kleine kommando einheit mit zwei minifiguren für den kleinen ja oder die kleine star wars fan im grundschul bzw kindergarten alter und das lasst uns vielleicht das ein oder andere thema noch mal kurz zu diskutieren aber erst mal gucken wir uns das modell an da hätten wir dann erstmal den piloten den tie fighter piloten wie wir ihn muss man zugeben auch schon öfter hatten immer wieder modischen schwarz da kann man nichts gegen sagen das steht zum tie fighter piloten einfach und hat eine kleine waffe in der hand hat wünscht man sich mehr als ein vierjähriger und kann grimmig gucken aber auch nur dass ich meine das sieht man normalerweise ähnlich also warum dann unbedingt die gesichtszüge entspannen wenn man auch grimmig gucken darf unter einem helm so sieht er aus und selbst die beine ein bisschen bedruckt immerhin dann haben wir hier den rebellen man trägt als rebell heute das hemmt ein wenig offen dafür spannt ein wenig unten am bauch so sich zumindest auch aus ja er hat nur ein farbige beine aber ja auch so eine figur die man schon meines achten sie durchaus hatte was ich schade finde immer bei diesen rebellen mit diesem helm hier der sitzt immer sehr locker da sieht man es also immer den also ein bisschen schief anguckt dann fällt ab da hat es der tie fighter pilot irgendwie solider dafür aber fest im gesicht getackert der kinnriemen ja je nachdem entweder normal gucken oder angriffslustig ja aber wie gesagt das hier ist immer so eine wackelpartie dafür ist hier noch dieses visier oben reingeklickt ja dadurch gibt es diesen zwei farbigen oben der ist aber eben nicht so von lego direkt gebaut muss man selber bauen dann die kommando einheit mit zwei kisten allerdings kisten ohne inhalt da hat man jetzt nicht die kisten genommen was rein tun kann was ich schade finde es gibt ja auch die die in hohl sind und dann einfach nur im deckel versehen sind hier ist ein zweimal zweier der einfach zu ist gut damit hat man die kiste da bist du fein raus und die kommando einheit und wie es natürlich bei diesen vier plus früher junior sets so der fall ist ist hier nichts mit aufklebern das ist alles bedruckt also das und das wir sehen da den todestern ja der also mit plan dort schon mal verzeichnet ist mit durchsicht wie wir hier sehen von beiden seiten dann noch so eine empfangseinheit hier so eine art satellitenschüssel die da beweglich hin und her hängt ansonsten wenig los hier bei der kommando einheit aber das reicht ja theoretisch auch für ein kleines set das worum es natürlich vor allem geht ist er hier der tie fighter und er sieht so aus wie man tie fighter sich vorstellt sprich also mit großen flügeln mit einer möglichkeit als pilot einzusteigen wir können hier also dieses vorne visier heben da kann er dann sitzen und um das zu demonstrieren machen wir das natürlich auch so komm junge kopf einziehen und einmal bitte hinsetzen wenn er auf die noppen verzichtet dann kann er sogar mitgezogener waffe dort sitzen weil wenn wir jetzt klappe zu machen passt sitzt wackelt und hat luft wackelt hier vorne das sind im prinzip die waffen allerdings hier keine federshooter oder ähnliches sondern einfach nur eine kleine rote pyramide und das war's hinten können wir natürlich auch noch öffnen da sehen wir es da können wir was ranklicken das könnte wahrscheinlich das waffen arsenal sein also da könnte man die waffen ranklicken je nachdem was man gerade so zur hand hat und ein bisschen verzierung auch das natürlich alles hier keine aufkleber und damit man sieht weshalb das auch ein plus 4 set ist dieser ganze flügel inklusive auch jeder halterung das ist ein teil nur die verzierung hier die werden drauf gebaut muss einfach nur wieder reingedrückt werden und damit haben wir ihn auch und haben wir das ganze set und damit kommen wir zu einigen dingen die man darüber sicherlich philosophieren kann erstens habe ich jetzt als mein sohn das gebaut hat er ist dreieinhalb tatsächlich auch noch mal genauer feststellen können weshalb vier plus hat schon was besonderes sind um nicht zu sagen sich dann doch für den eigenen der von duplo kommend jetzt zu lego kommt und was da vielleicht ein bisschen anders ist dass es eben hier keine teile gibt die miteinander zu sehr irgendwie verwechselt werden könnten zum beispiel also es gibt ja welche die zum beispiel die klammer so haben es gibt welche mit so einer klammer das haben wir hier nicht sondern es sind immer eindeutige teile und keins das zu ähnlich dem anderen ist es sind eher größere teile die wir da drin haben wie gesagt keine aufkleber keine federschuter und so gesehen hat mein sohn da bin ich persönlich ja fast schon ein bisschen stolz drauf relativ gut hingekriegt zu 95 prozent das gute modell hier selbst nach der anleitung schon zu bauen das ist erstmal cool finde ich persönlich jetzt als vater und tatsächlich gab es ein zwei stellen hier dies hier wenn dann das drauf geklickt wird das war so ein bisschen schwergängig noch da durfte papi dann nochmal nachdrücken aber auf der anderen seite frage ich mich auch ist es wirklich vom thema her etwas was vierjährige was vierjähriger anspricht ja definitiv also mein sohn will star wars er kennt die filme natürlich nicht weiß eigentlich nicht so richtig was da eigentlich hinter steht aber finde das trotzdem irgendwie cool das ist für mich schon mal eins der großen rätsel wie kommt das also natürlich es wird noch jahre dauern bis irgendwie man star wars film sehen wird wenn ich es richtig sehe selbst mit der lego serie mit dem freelancer oder wie er heißt da wird das wahrscheinlich auch erst irgendwie mit sechs frühestens was und es geht ja wirklich dann um schießen und um kampf und sowas aber trotzdem irgendwie will er star wars bauen und nicht friends oder ja city findet auch noch ganz nett aber irgendwie star wars trotzdem der reiz ich weiß nicht warum ich verstehe es nicht der mit dem set hat auch viel an rumgespielt nichtsdestotrotz also was meint ihr ist das etwas was vierjährige und es wird von lego extra promotet auch als etwas für die grund oder für für kindergärten also beziehungsweise für kinder in kindergärten ist es das wirklich also oder ist das nicht auch vom thema her natürlich star wars darf man auch nicht über überkandidelt sehen also ja es wird geschossen aber das ist jetzt auch hier kein splatter also das ist schon okay das ist noch relativ jugendgerecht wie dort gestorben wird und erst recht bei lego da fallen ja nur die teile auseinander also das ist eher so abgespeckter weltwesten ja was dahinter steht nichtsdestotrotz ja hier steht es ja noch mal dick vier plus und die zweite geschichte die man sicherlich hinterfragen kann bei der ganzen sache ist ja preis 20 euro teile preis von 25 cent ja das gute teil gibt es auch schon für 15 im angebot so habe ich es natürlich auch besorgt mir dann wird schon interessanter und erst recht mein sohn hat ja bauspaß damit gehabt aber das ist ja auch keine teile mit denen man jetzt sagt na gut machen wir nachher noch ein haus draus oder eine eisenbahn nö das ist nur detail weiter nur den baut man und fertig also da ist wenig mit kreativität es gibt natürlich kein benen modell nix also immerhin zwei minifiguren auch das preislich kleine modelle sind natürlich immer etwas teurer trotzdem das ist schon heftig also es ist eher nein bei zehn euro hätte ich auch gesagt oh das aber ein schnepper aber 15 zumal ist es so was ein 15 euro set finde ich und dann mit angeboten irgendwas ein bisschen drunter ja also das sind so die dinge die sich hier um ranken man kann also selbst bei so etwas kleinem hier diskutieren wir gucken noch mal kurz in die anleitung da ist aber nicht viel anderes als das was ich gerade eben erzählt habe wir haben immerhin zwei tüten die für den erwachsenen lego-fan natürlich sehr spärlich irgendwie belegt sind aber für meinen sohn genau die richtige größe hatten also auch das passt dass die zielgruppe wird perfekt bedient also das will ich gar nicht verhehlen die muss ja auch nicht selber zahlen das ganze ist natürlich auch der vorteil und damit kommen wir zum fazit es ist für die größe ein wirklich solider tie fighter wir haben nette minifiguren diese station hier ist okay keine aufkleber es erfüllt seinen zweck mein sohn ist damit begeistert spielen gegangen hat begeistert gebaut hat auch schon funktioniert mit dreieinhalb also alles im prinzip richtig gemacht aber viel zu teuer b ist es wirklich schon für vierjährige das thema das man sich als eltern wünscht man sieht ja ich habe es bei meinem sohn mit natürlich entsprechend pädagogischer betreuung während des baus und auch der weiteren erzählung worum es hier geht dann versucht abzufedern aber nichtsdestotrotz kann man darüber diskutieren ist das etwas was schon in den kindergarten gehört mit star wars ja sehr so sehr ich auch selber fan davon bin und ja preislich gut das haben wir ja nun gerade eben schon gesagt ganz andere hausnummer als das was man sich normalerweise eigentlich bei der anzahl von teilen so wünschen würde was ist eure meinung schreibt in die kommentare bis bald und möge die macht mit euch und so weiter nicht so du willst die klemm baustein lyrik abonnieren